hallo und herzlich willkommen zu diesem replay heute mit dem t 54 e1 dem tier 9 mittleren panzer der usa top tier ist was angels eat world naja warum nicht einfach berns 123 das kann ich leichter aussprechen naja gut er spielt auf jeden fall im dreierzug mit einem anderen 50 und einem 1390 kartes highway und schauen wir doch mal was angels eat world so zeigt oder von mir auch bernst genannt erfahrt auf jeden fall erstmal hier jetzt in die stadt ziemlich klassisch war ja auch am liebsten gibt es ehrlich zu man sieht schon die anderen beiden fanden locker davon aber der t 54 e1 ist einfach nicht der schnellste mittlere panzer das ist ja nichts neues die anderen machen davon noch nichts auf also da ist noch nichts zu sehen auch lustig der heavy panzer der es steht noch in der basis eigentlich ist normal so hier so der heavy spawn oder wenn der löwe jetzt rumkommt dann kann es gleich wehtun hat er glück gehabt dass er da direkt durch drückt und nicht erst selber guckt dann hätte er da jetzt kurz mal uhr entschuldigung das war das mikrofon wenn er jetzt mal ganz kurz nämlich einfach mal abgebrochen hätte dann hätte er da deutlich mehr schon kassiert aber ja die beiden teampartner machen es hier schon jetzt wieder umfahren den nachschluss kriegt er und nimmt ihn da raus so der erste kill ist schon mal passiert hinter ihm da der is da muss er noch warten weil er selber ist ja im reload wie wir sehen vier schuss hat der magazin da ist er jetzt schon das guckt das so und jetzt hat er nachgeladen und jetzt kann er genau mal so was von einem verpassen nein da ging er nicht durch diese nachladezeiten ist natürlich das was am unspannendsten ist aber wenn der autoloader die zeit bekommt und so nachladen kann dann kann das natürlich und jetzt kann auf den vk gehen momenturm der schön seitlich zu ihm jetzt muss er zurückfahren weil unten wäre dafür zu hart einfach und jetzt umfahren der 50 der bekommt jetzt ja jetzt wieder rausgenommen das auto auf den vk jetzt kommt da nicht auf die seite drauf einen konnte jetzt noch platzieren jetzt will er rechts rum nimmt hier die on top ansicht ja schon fast wie im guten alten gta aber zweiter kill 6 zu 8 stets derzeit ja 6 zu 9 ist alles sehr sehr knapp aber jetzt hat er nachgeladen nimmt er jetzt der 13 90 in raus ne schaut nicht so aus jetzt will er ihn auch nicht leechten scheinbar aber 5 hp einer muss es ja machen so jetzt sind da hinten auch die kleinen schnellen scouts die holen jetzt die beiden artis und dann schaut schon hier schwieriger aus dann ist es drei gegen den rest der welt hat er glück dass die arti hier vom gegner nicht trifft da ist eine dies kommt aber plötzlich jetzt weiter gott sei dank hat er noch einen schuss im magazin also gott sei dank wenn er den nicht so gehabt hätte wäre es ärgerlich wenn die arti da so vor einem steht und man hat keinen schuss mehr magazin vier kills auf jeden fall so jetzt fangen sie auch das captain langsam an aber sie brechen ab ich glaube sie wollen einfach kill all war wahrscheinlich mal wieder die ansage so jetzt 44 da ist das munitionslager aber mal weg du so der 13 90 kämpfte drüben jetzt mit dem t 54 light und er wiederum geht jetzt hier auf ferdinand und die arti alle artis unten im wasser jetzt muss er den ferdinand weg machen der wird gekettet auf dem schießt doch einfach er will unbedingt zeitig anfangen jetzt kann er rausnehmen arti fängt natürlich jetzt er ist auch der letzte noch mittlerweile sechs kills hat er schon den krieger hat er aber petten kr t 54 light und hier die arti wobei die arti sollte machen die nachlade zeit die kriegt da nur der gegner weiß natürlich jetzt hat genau wo er ist ja der t 54 jetzt schießt jetzt verlässt sich sogar ein stück zurückfallen nein er schießt daneben so jetzt hat er den ersten raus jetzt und jetzt ist er wieder im reload und jetzt muss ich erstmal hier so verstecken aber der t 54 kommt ja gut durchs frack durch und jetzt prallt ab jetzt dürfte er besser stehen als gerade zuvor ist aber halt noch im nachladen unglaublich acht kills red levolta sag ich da nur er schießt schon auch die ganze zeit premium der t 54 halt noch mal ab ist halt auch ein one shot also man hat ja gesehen der t 54 260 schaden hat das schon mal gemacht 272 260 also er ist definitiv und kriegt da noch mal den überlebt da nein jetzt verschießt da und jetzt trifft da jetzt macht er den kill 9 kills 5518 schaden und so knapp am ende noch mal geworden wie es niemals erwartet hätte aber schöne runde das wird gefühlt von anfang bis ende immer spannender schöner spannungsbogen vielen dank für das einsenden bernd bis zum nächsten mal euer eke ramba